Ich letzen so zu meinem Kumpel, alter guck mal, also der was ist das denn? Sag ich ja, kenn ich nicht. Sag ich ja, ist ja auch neu. Und er so, kann ich mal probieren? Und ich so, ja. Ich letzen so zu meinem Kumpel, alter guck mal, nö. Das ist das neue Pickup Black & White. Und er so, nö, kenn ich nicht. Sag ich ja, ist ja auch neu. Und er so, nö. Und ich so, ja. Und er so, nö. Und ich so, nö. So der was ist das denn? Sag ich ja, und ich so, der neue Picknicker von Leibniz. Pickup Black & White. Und er so, zwei richtig leckere Schokokekse mit knackiger Weißer Schokolade. So der was ist das denn? Sag ich ja. Pickup Black & White. Ich letzen so zu meinem Kumpel, alter guck mal, also der was ist das denn? Sag ich ja, der neue Picknicker von Leibniz. Ja, Pickup Black & White. Und er so, kenn ich nicht. Sag ich ja, ist ja auch neu. Und er so, kann ich mal probieren? Und er so, hei, 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 hei. Und ich so, So der was ist das denn? Sag ich ja, nö. Der neue Picknicker von Leibniz. Ich dich lke zwei richtig leckere Schokokekse mit knackiger. Knackiger weißer Schokolade. Der neue Picknicker von Leibniz. Und er so, nö. Daher, ja, nö. Sag ich ja, der was ist das denn? Sag ich ja. Nö. Pickup Black & White. Der was ist das denn? Sag ich ja. Der neue Picknicker von Leibniz.